Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ermittlungserfolg. Zwei Festnahmen nach Angriff auf Wolkow in Polen. Polizei nimmt zwei Personen nach Überfall auf Wolkow fest. Im Rahmen der Ermittlungen zum jüngsten Angriff auf den bekannten Aktivisten Wolkow hat die polnische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Behörde laut der polnischen Nachrichtenagentur Papele. Wolkow wurde vor knapp einer Woche in der Nähe seines Wohnsitzes in Warschau überfallen und schwer verletzt. Der Aktivist, der sich für demokratische Prozesse und gegen Korruption in der polnischen Politik einsetzt, konnte sich noch selbst in ein Krankenhaus einliefern lassen, wo er derzeit behandelt wird. Die polnischen Behörden leiteten daraufhin umgehend eine Untersuchung ein. Nun wurde bekannt, dass die Polizei am Donnerstag zwei Verdächtige festgenommen hat. Zur Identität der Straftäter wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Der Angriff auf Wolkow hat in Polen und international eine Welle der Empörung ausgelöst. Zahlreiche Organisationen und Politiker verurteilten den Vorfall scharf und forderten eine lückenlose Aufklärung. Die Ermittlungen dauern an. Wolkow selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Nach Informationen von BBC Polska-Quelle befindet er sich noch immer in kritischem, aber stabilen Zustand im Krankenhaus. Es bleibt unklar, ob die Festnahme der beiden Verdächtigen mit der Freilassung eines Videos im Zusammenhang steht, das Wolkow wenige Tage vor dem Angriff veröffentlicht hatte. In dem Video bezichtigt er hochrangige Regierungsbeamte der Korruption. Wolkow selbst hat bisher nicht bestätigt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Video und seiner Attacke gibt. Die Behörden haben bereits angekündigt, sowohl die Hintergründe des Angriffs als auch mögliche Verbindungen zu Wolkows politischen Aktivitäten genau zu untersuchen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Deine Vertraue Untertitelung des ZDF, 2020